Ich bin Dirk Niewöhner und ich spiele die Bratsche. Die Bratsche ist ein Seiteninstrument und liegt von der Größe und auch von der Tonhöhe genau zwischen Geige und Cello. Es gibt vier Seiten, ich kann die ja mal kurz anzupfen. Das sind die vier Seiten der Bratsche. Und ja, vielleicht ein paar Begriffe, wie so eine Bratsche aufgebaut ist. Es ist vielleicht ganz lustig, es kommen dabei auch einige Tiernamen vor. Wir fangen gleich mal mit einem Tiernamen an. Hier oben, kann man sich vielleicht denken, ist die Schnecke. Hier oben werden die Seiten auf die Wirbel aufgespannt. Die laufen dann hier runter über das Griffbrett, auf dem ich mit den Fingern greifen werde. Über den sogenannten Steg, wie eine Brücke, wo die Seiten drüber fließen, wenn man so will. Und hier unten ist der Seitenhalter. Damit werden die Seiten gehalten. Nun kommen wir zu dem anderen Gerät, was ich in der anderen Hand halte. Das ist der Bogen. Und hier kommt das zweite Tier. Der untere Teil des Bogens, das ist der Frosch. Der wird Frosch genannt. Weil früher diese Form von dem Frosch teilweise sogar wie ein Frosch geschnitzt war. Da gibt es alte Bögen, das sieht ganz lustig aus. Das ist der Frosch, das ist die Stange. Hier oben, das nennt man Spitze, ganz simpel. Und jetzt kommt das dritte Tier. Die Haare, die aufgespannt sind, sind tatsächlich von dem Schweif eines Pferdes. Da schneiden sie die Haare ab. Das sind die widerstandsfähigsten Haare, die es gibt. Ja, die Teile habe ich ja schon vorgestellt. Jetzt nehmen wir den Bogen. Und was beim Streichen passiert, ist, die Haare, die Pferdehaare, ziehen über die Seite. Und diese Haare sind in gewisser Weise klebrig. Und ziehen die Seite ein Stückchen mit. Und dadurch kommt die Seite ins Schwingen. Ich nehme jetzt die Seite und ziehe sie zur Seite. Ja, so entsteht der Ton. Das ist jetzt natürlich nur ein Ton. Denkt man, wie kann eine Melodie spielen? Und dazu haben wir jetzt die Finger auf der anderen Seite. Und die setzen wir auf eine Seite auf. Und dadurch verändert sich die Tonhöhe. Keine Finger. Jetzt nehmen wir einen Finger dazu. Und noch einen. Und es wird noch höher. Und so weiter. Und wenn das im Zusammenhang kommt, dann haben wir... So leicht ist Bratschenspiel. Für mich ist die Bratsche mein Instrument geworden, weil sie eine tolle Mischung aus Geige und Cello ist. Sie klingt wie eine Singstimme. Und sie hat einen warmen, dunklen Klang. Sie kann mal traurig sein. Sie kann aber mal auch lustig oder derb sein. Und das Schöne am Bratschenspielen ist auch, dass man immer in der Mitte oder im Herzen eines Orchesters oder einer Kammermusikgruppe sitzt, den ganzen Klang um sich hat. Und ja, auch wenn man nicht die Melodie spielt, man steht, man ist doch irgendwie in der Mitte vom Ganzen. Und das Schöne am Bratschenspiel. 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 Und das Schöne am Bratschenspiel.